Künstiges Gold, Duriel-Sets, tolle Items und mehr findet ihr auf aoehh.com. Checkt dafür einfach den Link in der Beschreibung und mit dem Code HGS gibt es an der Kasse nachher nochmal 6% extra. Hallo meine Lieben, ich grüße euch heute. Heute habe ich eine wunderbare Nachricht und zwar für alle, die Necromancer spielen und zwar insbesondere als Summoner. Wer diesen Kanal verfolgt, der weiß es, dass ich den Summoner wirklich liebe. Ich spiele den Necromancer tatsächlich immer als Summoner, also als rein Beschwörer-Bild und habe da jede Menge Spaß mit. Und ich habe das auch diese Season schon gesagt. Ich habe den Necromancer noch nie als so stark empfunden wie diese Liga. Und jetzt war eben gerade der Dev-Talk und jetzt haben sie rausgeballert, dass die Necromancer diese Season, also den reinen Summoner, diese Season nochmal ordentlich buffen werden und in den nächsten Seasons noch weiter anpassen werden. Was das genau heißt, das wollen wir uns jetzt genau angucken. Und für all diejenigen, die nicht wissen, wie der Summoner bisher abging im Vergleich zur letzten Season, der kann sich gerne die Guides nochmal angucken. Ich habe zwei Guides dieses Season schon gemacht zum Summoner. Einmal ein Level-Guide und einmal ein End-Guide und da war ich schon sehr, sehr überrascht. Und jetzt kommt da nochmal eine ordentliche Schippe drauf und das wollen wir uns mal eben im Detail angucken. Sie haben noch sehr, sehr viel andere Sachen im Dev-Talk erzählt. Da werde ich aber ein eigenes Video zu machen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Jetzt beschäftigen wir uns tatsächlich nur mit dem Necromancer, denn das ist einfach nur herrlich. Und dafür switchen wir einmal ganz kurz hier hin, denn das ist das, was Blizzard uns versprochen hat, das wird diese Season noch kommen. Und schaut mal, was das alles mit uns bringt. Das ist wirklich so ein heftiger Buff für den Summoner-Bild. Also der Necromancer, der wird wirklich im Bereich Summoner sowas von ordentlich gepusht, das ist nicht mehr normal. Wir haben zum Anfang der Season schon einen ordentlichen Buff insgesamt auf den Damage des Summoners bekommen. Also wir reden hier die ganze Zeit über den Beschwörer-Bild. Nicht über einen Knochensperr, nicht über Knochengefängnis, nicht über Knochengeist und nicht über Blutnebel und so weiter. Wir reden über ein rein Beschwörer-Bild. Und da war es so, dass wir wirklich Anfang der Season schon mal im Vergleich zur vorherigen Season gut gebufft worden sind. Jetzt erhalten wir nochmal 20% mehr Basisschaden für unsere Minions. Zusätzlich erhalten unsere Minions nochmal 10% mehr Leben. 20% mehr Basisschaden. Von dort aus decken wir den Schaden ja nach oben. Das ist enorm viel. Dieser Buff alleine, der ist schon richtig, richtig heftig. 10% mehr Leben. Naja gut, ich hatte nicht das Problem, dass meine Minions ständig sterben, aber wir nehmen das gerne mal so hin. Dann ist aber eine andere wichtige Note und zwar Hellband-Commander-Damage. Der ist verstärkt worden und den gucken wir uns mal eben ganz kurz in-game nochmal an, welcher das ist. Das ist nämlich auch ein starker Buff. Und zwar wurde der von 30% auf 45% erhöht und wir gucken uns mal eben im Spiel an, welcher das genau ist. Dafür gehen wir mal rein in die Skillung und wenn wir hier unten bei den ultimativen Fertigkeiten sind, bei den kleinen Passiv-Fertigkeiten, dann sehen wir hier versessener Kommandant. Dieser hier, der wird jetzt von 30% multiplikativ mehr Schaden, solange wir in der Nähe sind, auf 45% gebufft. Das ist auch extrem viel. 15% mehr multiplikativer Schaden für unsere Minions. Und zurück zu der Blizzard-Grafik, denn das ist ja noch nicht alles, geht ja noch weiter. Kult-Leader. Die legendäre Note, die ist auch verbessert worden. Und zwar haben wir vorher für je 20 Attack-Speed 10% mehr Damage für unsere Minions bekommen. Das wird erhöht auf 15% mehr Damage pro 20 Attack-Speed. Wir haben in unserem Bild ca. 200% Attack-Speed drin. Das ist enorm viel. Das ist jetzt 50% multiplikativ mehr Schaden für unsere Minions, die wir allein durch diese Note bekommen. Und diese Note gucken wir uns auch nochmal eben kurz an, wo wir die finden. Dafür gehen wir mal eben kurz zurück. Ich gehe ins Leaderboard rein, ins Paragonboard. Und da gibt es nämlich den Kult-Anführer, den haben wir mitgeskillt. Und zwar ist das hier dieser legendäre Knotenpunkt. Und der wird tatsächlich jetzt für 10% multiplikativ auf 15% multiplikativ gesteigert. Was unterm Strich ca. 50% multiplikativ mehr Schaden macht. Und wenn wir da nochmal zurückgehen, dann sehen wir, dass wir jetzt auch noch eine Glyphe verändert haben. Und zwar haben wir eine Glyphe gehabt, die hat vorher 10% multiplikativ mehr Schaden gemacht. Und jetzt bekommen wir noch 1% Movement-Speed für jeden aktiven Minion wieder. Wir haben bei unserem Bild 12, 13, 14 Minions aktiv. Das sind 14% Movement-Speed, die wir jetzt dauerhaft kriegen können, wenn wir diese Glyphe drin haben. Ich habe diese Glyphe allerdings nicht bei mir im Bild mit drin. Das seht ihr, wenn ihr unter dem Video auf die Builds klickt. Da seht ihr meine Skillung, meine Builds dazu. Und da seht ihr auch, dass ich diese Glyphe nicht benutze. Allerdings ist diese Glyphe jetzt durchaus interessant, wenn man denn jetzt ab nächste Woche die Gaunettes spielen will. Denn in den Gaunettes, da kommt es dann schon sehr auf Movement-Speed mit an. Und von daher ist das eine sehr, sehr gute Veränderung, diese Glyphe. Dadurch sind wir dann wesentlich schneller. Und es könnte durchaus Sinn machen, diese Glyphe reinzumachen, wenn man den Gaunettes spielen will und da einen hohen Rang erreichen will. Und dann haben wir nochmal ganz unten was sehr, sehr Interessantes. Looking to do more in Season 4. Ja, also sie sagen selber, sie sind noch nicht fertig mit der Entwicklung des reinen Summoners. Sie gucken sich das weiter an und behalten sich vor, noch mehr Änderungen zu bringen. Aber jetzt mal eben Butter bei ihr Fische. Der Nekro, insbesondere der Summoner, der war jetzt, so wie er diese Season ist, schon viel, viel besser wie in der Season davor. Es ist immer noch, und das habe ich auch ganz deutlich gesagt, es ist immer noch kein Bosskiller gewesen. So, jetzt haben wir aber nochmal eine ordentliche Schippe an Schaden draufbekommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt mit diesem Build sogar Lillis legen können. Das werden wir aber jetzt in Kürze herausfinden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut, denn das ist nicht nur ein kleiner Damage-Buff, den der Summoner erfährt. Das ist wirklich ein Riesen-Buff. Und das ist richtig, richtig cool. Ich glaube, keine andere Klasse ist jetzt durch diese Patch-Notes so stark gebacken worden wie dieser Nekro. Leute, das hat mich so mitgenommen, das musste ich euch einfach mal kurz erzählen. Morgen werde ich noch ein Video machen über die kompletten Patch-Notes, über die kompletten Änderungen, über alles, was im DevTalk gewesen ist. Wir können darüber reden, es soll zum Beispiel im PTR eingefügt werden. Es kommt diese Rangliste, kommt jetzt. Es kommt zusätzlicher Content ab nächste Woche. Da kommt einiges auf und zu. Und das ist auch einiges, was wirklich gut klingt und worüber wir intensiver reden können, müssen, wollen. Aber das werden wir, wie gesagt, im anderen Video machen. Ihr solltet nur mal eben schnell um Update gehen für den Nekromancer. Denn Leute, wenn ihr einen Nekromancer habt, insbesondere als Summoner, dann macht das auf jeden Fall. Freut euch auf die Patch-Änderungen, denn das wird richtig, richtig gewaltig werden. Leute, kurzes Video war es. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich wünsche euch alles Liebe. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Macht's gut. Wir sehen uns bald wieder.